ich bin ein idiot ich bin ein idiot ich bin ein idiot oh was fehlt da denn komm wähl die verdeckten ich bin ein idiot oh mein god ja warte mal doch ich aktiviere das einfach weil da kenne ich die einfach was kann ich da er kann nur das angreifen voll nett von ihm das ist voll der bro jetzt kann ich du krank das ist ja voll der bro jetzt kann ich mein Gamma-Series okay Mist und bist du mich doch verarschen oder? ich hab evil melee match zweimal gezogen und was macht der Gegner einen scheiß Karte setzen Ash kein Ash okay das ist das what the fuck eigentlich ist das scheiße weil da muss ich um mir opfern das mag ich nicht many months later na was läuft bei euch so tja scheiße was ein runik spieler decked out tja scheiße was genau deswegen weil ich jetzt kriege ich jetzt 2k damage in die Frasse war lucky dass der Karo schön halt stirbt passiert am besten hört er jetzt auf auch kacke weil zu viel zu genäßig benutzbar das war ja gut ah ja stimmt starve attack der zweite effect nie ist das bist du bist du das ist Bis zum nächsten Mal.